MC Agro Dann haben wir den auch außer Gefecht gesetzt Bling, bling Und drin No, 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 bye Yep, 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 I'll take it Miau Super Mario 3D World ist das, ne? Sehr soffi Der arme Sack Boss, oder wat? Okay Das ist natürlich jetzt ein bisschen uncool Aber, ja, gut, machbar Ich denke, wir sollten versuchen, die Bomben loszuwerden, ne? Hm Jetzt komm ich hier nicht mehr runter, ne? Ich hätte die Feuerblumen nehmen können Das wäre vielleicht einfacher, aber na gut Ach, ne, komm schon Mist Ich nehme mal lieber die Feuerblume Vielleicht kann ich damit die anderen Dinger aufhalten Der Lutschi, da kommt er wieder Mal gucken Müsste vielleicht machbar sein, weil an der Wand hängen bleiben kann ich sowieso nicht Bye Pff Ihr seid doch komplett irre, oder? Alter, was? Was? Okay Wie soll ich den denn loswerden? Ich glaube, ich müsste die Mitte wegsprengen, dann würde er einfach ersaufen, ne? Geht also tatsächlich nur mit dieser Feuerblume Und dann gucke ich, dass ich die Bob-Bombs in die Mitte bekomme Wo ist das? Ja Ich denke, ich sollte das mit dem Foto Wettbewerb 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 Ja, jetzt kann er mir nämlich gerade gar nichts mehr. Boom. Verwirrung, ne? Und wechseln sie. Okay, cool. So, so habe ich mir das doch in etwa vorgestellt. Jipp. Sauber. So, sehr schön. Jetzt haben wir es bald. Story-Mode beendet. Ist ja nicht mehr viele Welten. So, machen wir da noch eine, he? 6.000 Münzen, sehr geil. Next. Auf Dräge. So, Schlossrenovierung. Na gut. Ich habe einen Auftrag gehalten, ein Schloss zu renovieren. Ich hatte schon ein paar fabelhafte Ideen, aber ich bräuchte noch ein paar Testpersonen. Nein, nur eine Testperson, um zu sehen, ob unbedarfte Besucher überhaupt noch das Ziel erreichen können. Bauunternehmer. Viel Spaß. Let's go. Ah, renovierte Schlösser, I like nicht. Das ist bestimmt wie der Sohn. Jo, genau. Hallo. Achso. Jetzt was tue ich. Ja, okay. Wie stehe ich denn da weg? Ich glaube nicht. Okay, das scheint der einzige Raum zu sein, he? Ist das so? Nee, ist es nicht. Na gut. Gut. Nicht, dass ich es nicht gewusst hätte. Fuck. Ja, das war dumm. Moria. Okay. Pils wäre nice. Jetzt hat sich da so ein Riesen-Koopa rausgedrückt. Ey, ich fasse es nicht. Und dann noch einer, bestimmt. Komm her. Powerblock. Okay. Vielleicht hätte ich ihn mitnehmen sollen. Ja, hätte ich. Weil das schaffe ich nicht mehr. Okay. Nochmal. It's a me. So, jetzt bleiben wir einfach in der Mitte stehen. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob das Ding uns von unten jetzt nicht einfach erwischt. Ja, tut es. Also, am Anfang nicht in der Mitte stehen. Gut, gut. Kriegen wir hin. Wenn das der Schluss ist. Nobody knows. Das ist alles, ja. Komm schon. Ja, kriegen wir hin, ne? Snom, snom, snom. Die Spezial-Effekte. Ab nochmal, ne? Ey, der kann da durchlaufen. Durch die Wand. Das wollte ich jetzt nur nochmal kurz sehen. Ich hab's schon vermutet, um ehrlich zu sein. Waren wir da durch? Ne, der geht nicht so. Die Böse, der irgendwann nicht mehr guckt, ne? Und next. Komm. Die sind gar nicht so dumm, wie sie aussehen, ne? Also doch, irgendwie schon, aber... Also doch, irgendwie schon, aber... Off. So, then open the door. Open it. So, next. So muss das... Oh, doch schon die Hälfte. Great. Oh, man. Oh, man. Was für ein Level. Okay. Das war schon mal nischt. Okay, der ist nicht ohne Grund da. Kann er den aufziehen? Ja. Okay, komm her. Bye. Bei denen bin ich mir jetzt nicht sicher. Doch. Okay, cool. Nein. Shit. Ich muss zurück. Yo, yo, yo. Hey, das war schon okay, da. Aha. Nein. Nein, nicht wirklich, oder? Ah, doch. Klar, das ist doch das, was wir wollten. Na, ich muss zurück. Um dann hier rauszukommen. Oder? Ja. Ja, 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 ja. Das ist unser Ex, Alter. Das ist nicht unser Exit. Wie ungeil. Hm, das stresst ja gar nicht so. Und hier ist nochmal ein Zwischenspeicherpunkt. Also es ist nicht die Hälfte. Toll, da war bestimmt was Cooles drin. Go, go, go. Bye. Ja, die Boos können mich ruhig verfolgen. Das sehe ich überhaupt nicht problematisch. Obwohl, naja, wenn ich es mir recht überlege, doch. Ich komme jetzt halt auch nicht mehr zurück. How sad is this? Ähm. Seriously? What the fuck? Flucht, Boos. Äh, das kann nicht euer Ernst sein. Ich kann jetzt nicht hier festsitzen, oder doch? Dumm ist das denn? Ähm. Walljumpen sie? Nein, doch. Okay, gut. Alles klar. Das ist doch nicht dein Ernst. Das hier. Das ist ja perversestens. Okay, die Boos. Bobby, die. Let it go. Wow. Obwohl der Flügel hat. Wow. Das war mal ein interessantes Level. Aber so richtig. Und fertig. Sehr geil. Das war's. Das war's. Das war's. Tschüss. Pfizer. 款isch. Untertitelung des ZDF, 2020